Hallo neun, willkommen zum Mobietest-Podcast-Folge 250, hier ist Markus. Moin Silvus, gut hallo und ho ho ho. Ey, das haben wir doch perfekt abgetimt, ne? Letzte Woche kurzfristig ausgefallen, jetzt haben wir die 250 genau an Weihnachten. Die Jubiläumsfolge für euch als Weihnachtsgeschenk. Ich weiß, das macht man ja eigentlich nicht, aber einen sehr stressigen Tag hinter mir, wo ich Urlaub habe. Bin ja mal am Freitag auf und ich esse gerade etwas, das heißt hier oben im Norden Berliner. Bei uns heißt es Kreppel. Ah, du weißt also, von ich spreche. Ja, na klar. Bei uns heißt es also hier im Rhein-Main-Gebiet, heißt es Kreppel. Ja, diese Berliner kennen sie aber, glaube ich, die meisten, Kreppel, sowas. Ja, oder Krapfen oder so. Krapfen, ja genau. Es gibt ja auch noch auf den Weihnachtsbergen zur Zeit dieses Schmalzgebäck. Oh, lecker, lecker. Das heißt auch überall anders. Also hier im Norden heißt es Nonnenfurz. Echt? Ja. Ich kenne es immer als Schmalzgebäck. Nonnenfurze. Aber das ist ja genau, sie brötchen Schrippe in Berlin, Semmel in Bayern. Das ist ja. Ja, Wahnsinn. Ja, oder auch blauer Bubble, grüne Bubble. Ach. Ich habe mich gerade versucht in Beeper Mini einzuloggen, weil ich wollte, bevor wir darüber sprechen, nochmal eine Testnachricht zu dem lieben Peter schicken. Und ansonsten brauche ich das Ding ja nicht. Und ich kann mich da jetzt nicht einloggen. Beeper Mini, was ist denn das eigentlich? Genau, haben wir ja schon vor zwei Wochen darüber gesprochen, das war, oder vor drei Wochen. Das ist ein Service. Beeper ist so ein Multimessenger. Der kann WhatsApp, Streamer und alle möglichen Konten miteinander verbinden und hat dann alle Bekannten oder Großmessenger-Apps in einer Oberfläche vereint. Und die haben es geschafft, eher gesagt, 16 Jahre alt war der junge Mann, ein 16-Jähriger hat es geschafft, diese iPhone-Nachrichten-App zu zerlegen, nachzubauen und so hinzubiegen, dass man mit Umwegen, also nicht bei uns Umwegen, sondern beim Anbieter Beeper Umwegen, Nachrichten von iPhone zu Android und umgekehrt schicken kann. Das ist ja bislang nicht möglich, weil Apple sich ja da völlig sperrt und sagt, dieses iMessage ist unser Ding, das ist exklusiv für iPhone-Kunden und in Amerika ein Riesenthema, weil da ja wirklich schon, man kann es schon fast Kulturkämpfe nennen, weil zum Beispiel viele Kinder wollen ein iPhone haben, um eben nicht ausgegrenzt werden, weil sie kein iMessage haben. Deshalb dieses Blue-Bubble-Green-Bubble-Diskussion. Und es war klar, wie es kommen musste, Apple hat dem Ganzen ziemlich schnell einen Riegel vorgeschoben, dann hat es Beeper geschafft, nochmal ein bisschen umzubauen, dass es wieder funktioniert, dann war es wieder weg, weil Apple auch diese Türen wieder zugemacht hat. Und dann habe ich beispielsweise in unser kleines Büchlein reingeschrieben, Beeper-Mittany ist wieder da und wieder weg. Dann hieß es wieder, wir haben jetzt nochmal ultimativ eine Möglichkeit gefunden, über Macs, von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern Macs, sich eine ID zu erstellen, die man da einträgt in seine Beeper-Mini-App. Und das hat jetzt wohl Apple auch unterbunden. Und jetzt hat Beeper ganz offiziell verkündet, wir haben das Rennen verloren und wir beenden das jetzt, diese ganze Geschichte. Wir fokussieren uns auf das, was wir schon immer waren, das ist eben dieser Multi-Messenger und vielleicht wird Apple auf Druck von irgendwoher, vielleicht von der EU, irgendwann mal doch dazu gezwungen, dieses iMessage für alle zu öffnen. Ja, wir brauchen das glaube ich jetzt nicht wieder durchkauen. Hört euch den letzten oder vorletzten Podcast an, da haben wir das lang und breit besprochen, wo da die Vor- und die Nachteile liegen. Der ein oder andere sagt, das ist Apples Dienst, so, die können machen, was sie wollen. Andere sagen, naja gut, damit sperrt Apple aber gerade ganz viele Nutzer ein und sorgt dafür, dass die Menschen eben nicht frei entscheiden können, weil sie, was weiß ich, Nachrichten nicht verlieren wollen. Es wäre ja etwas anderes, wenn man, wie bei, ist das bei WhatsApp, ist das ja so, ich ziehe von meinem iPhone auf mein Android, nee, ziehe ich auch nicht rum. Du kannst ja mittlerweile auf beiden Geräten, ich habe jetzt mein WhatsApp bekannt auf Android und WhatsApp. Du musst nichts mehr umziehen, also oder mit zwei Geräten, aber das ist super, super gelöst. Und ich denke auch, Apple ist mittlerweile auf so einem sehr, sehr wackeligen Thron. Die EU schafft es ja, also wirklich, diese kleine EU schafft es, diesen riesen Apple immer mehr ins Wanken zu bringen. USB-C haben wir den aufgezwungen. Also ich sehe, wenn ich bei Elon Musk immer mal wieder diese Halsschlagader pochen sehe, weiß ich, oh, da hat die EU mal wieder was gemacht und mittlerweile freue ich mich da total drüber, dass ich denke, ja, wir kleine, pissige EU, wo plötzlich irgendwelche Inder und Chinesen und Brasilianer schreiben, na, dieser ganze Scheiß, nur wegen der EU? Jupp, nur wegen uns und ich finde das gut. Ich finde das auch gut, weil gerade so mit den Messengern, weil jeder nutzt irgendwas anderes da. Es gibt ja immer noch Menschen, die nutzen Signal im Streamer oder, oder, oder. Und warum muss man das sich so abschotten? Warum nicht so ein Multimessenger, ja, der wirklich alles in einem vereint, ja. Sowas wünsche ich mir zum Beispiel auch für die ganzen Streaming-Dienste. Eine Oberfläche. Oh, ja. Das wäre so traumhaft schön. Du schließt ein Abo ab. Von mir aus lässt es 99 Euro kosten. Dann hast du das, 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 das. Oder hast du zehn Anbieter zur Auswahl und kannst dann auswählen. Und dann hast du alles in einer Oberfläche. Das wäre es doch, ne. Und so genauso mit diesen Multimessengern. Du brauchst doch keine 25 Apps haben für so eine Kack-Kurznachricht. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Genau. Und es kann doch auch nicht sein, dass das heißt, du nutzt das Gerät eines Anbieters. Und wenn du das wechseln willst, sind all deine Nachrichten. Ja, genau. Das ist einfach, das ist einfach eine Frechheit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da früher oder später was passiert. Schade, dass Beeper das Rennen verloren hat. Aber es ist auch, das ist so eine Geschichte gewesen, dass wird Apple Heidengeld gekostet haben. Weil diese Löcher jedes Mal zu stopfen, allein das irgendwie. Weil wir werden nachher sicherlich auch noch unsere Tops und Flops des Jahres machen. Und wir sind hier gleich so reingestartet mit Beeper. Das ist auch das Thema der letzten Wochen, ganz ehrlich. Ja, aber Peter, aber ganz kurz. Wir kommen mal runter. Wir sind hier so reingestartet, weil wir so aufgeregt sind. Ich habe heute irgendwie 300 Euro für Plastikflaschen und Kaffeesatz ausgegeben. Der Wahnsinn. Wir kommen jetzt mal runter. Die meisten von euch, es ist jetzt abends, haben ihre Geschenke schon bekommen. Die anderen sitzen vielleicht, wenn es richtig unschön ist oder auch schön, man weiß es ja nicht. Manche suchen sich ja auch aus. Zu Hause, Baum, kein Baum und hört jetzt unseren Podcast. Und da wollen wir doch auch so ein bisschen so eine besinnliche, ruhige Stimmung reinbringen. Und ich gehe durch unser Notizbuch und stelle fest, da ist ja nur Ärger drin. Push-Benachrichtungen spionieren uns auch. Threads ist wieder da. Threads ist aber auch ein Ärger. Oh, Threads ist ein Ding hier. Das ist so ein Rabbit Hole. Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Ey, ich bin, ich habe mir überlegt, ist das wirklich was für mich, ne? Also, ich habe heute etwas auf Threads gelesen von der, ich finde sie ja sehr nervig und ich habe sie auch normalerweise block. Ich block zur Zeit ganz viel weg. Ich auch. Die Sophie Passmann hat geschrieben, auf Twitter früher hatten Kolumnisten und Journalistinnen und so Real Beef für Reichweite. Und hier haben Influencer Fake Beef für Reichweite. Es ist so viel geiler. Und das stimmt. Ich habe das Gefühl, Threads ist das unehrlichste und, 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 ja, unehrlichste Netzwerk überhaupt. Es ist, da ist nichts echt. Threads ist das, das schriftgewordene Instagram, wo jeder irgendwie sein Instagram-Foto fällt. Genau. Es ist, wie kommt ein Bildnetzwerk, wo nichts anderes gemacht wird, als dass wir von morgens bis abends angelogen werden. Und ich mache ja mit, guckt euch die Bilder an. Viele davon, das aus Lauenburg mit der Sonne über der Kirche, ist natürlich mit dem Pixel gemacht. Also es ist tatsächlich mit dem, mit dem Sony Xperia gemacht, aber mit dem Pixel nachbearbeitet. Die Leute faken sich und faken ihr Leben, faken alles, belügen sich und belügen alle anderen, um sich und andere eine gute Zeit zu machen. In Fotos, in Bildern, völlig gut. Ein Bildernetzwerk, völlig okay, cool, wissen wir alle. Aber jetzt kommt ein Bildnetzwerker auf die Idee und sagt, so, und jetzt könnt ihr auch noch mal den Mund öffnen. Und da stellt man fest, so richtig viel ist da nicht drin. Bleibt bei euren Bildern. Also, es ist Wahnsinn, Petra, dieses Netzwerk ist so der Horror. Wir haben ja auch Stress-Accounts jeweils. Ich verlinke die mal in den Shownotes unten und dann können wir mal sich vernetzen, bla bla bla. Alles gut und schön. Aber bei mir, was mir diese, diese, ähm, Menschen hier, was da so reingespült wird, was dann so angezeigt wird. Ich komme mit dem Blog nicht mehr hinterher. Das ist ganz, ganz wenig Technik. Ganz viele Frauen, die dann über irgendwelche psychischen Probleme erzählen, ey Leute, mir geht es psychisch gut. Noch, es ist so geil. Ich entschuldige mich und es tut mir wirklich leid. Und ich werde mich niemals in die Situation reinversetzen müssen, dass du irgendwie als, als Mädel plötzlich irgendwelche Dickpics zugesandt bekommst. Und das ist einfach eklig. Und ich weiß, wir Männer sind alle scheiße. Aber ich weiß, ich habe über, über Twitter-Nutten oder Insta-Nutten oder Insta-Huren geschrieben. Oder nein, ehrlicherweise habe ich Insta-Host geschrieben, ne. Weil, das ist ja, mal zeigen. Wir sind ja international. Genau. Und, ähm, da wurde ich dann von diversen Leuten oder Mädels gefragt, was meinst du damit? Wie, ich habe, jemand meinte irgendwie, ich habe dir eine Nachricht geschrieben auf Instagram und sage, ich lese meine Nachricht nicht. Weil, wenn ich da anfange, da sind 7000 Frauen, die irgendwie, hello, I'm single, hello, I'm alone, hello. Ich poste von morgens bis abends Blumenbilder und Bäume. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich mich für irgendjemanden interessieren könnte? Das geht mir genauso, ja. Du wirst zugeschissen und diese ganzen Insta-Damen, die von morgens bis abends deinen Posteingang zumüllen mit und es gibt noch einen Spam-Posteingang. Also es gibt einen normalen Posteingang, der ist voll gespam. Dann gibt es noch einen Posteingang, wo Instagram schon festgestellt hat, oh, das könnte spammen. Nein, Dicki, das ist alles Spam. So, und die sind jetzt auf Threads und schreiben irgendeinen Scheiß. Ey, Peter. Ja, genau, wie du schon perfekt gesagt hast, wirklich die Verwörtlichung von Bildern. Ja, die müllen mich bei Instagram mit irgendwelchen Werbungsscheiß voll von morgens bis abends, was mich überhaupt nicht interessiert. Und das Ganze machen sie jetzt nicht nur mit Bildern, sondern auch nur mit Text. Ja, du hast jetzt zu dem dämischen Bild hast du noch so einen Text dazu. Das ist ja oft so, wie nennt man so die Sprüche, so Wandtattoos, ne? So Sprüche, wo ihr morgen sagt, ey, ich habe, keine Ahnung, schalte ich solche Leute stumm oder blockke ich die direkt? Genau, also bei mir ist das so, blocken Nazis und stumm schalten Deppen. Ach so. Das habe ich aber auch schon bei, das ist mal überall, bei YouTube, bei Twitter, überall. Dann wissen die auch selber, in welche Gruppe die fallen. Wenn die merken, bin ich jetzt geblockt oder bin ich stumm geschaltet, hält er mich für einen Nazi oder hält er mich nur für einen Idioten? Aber es geht nicht anders, Peter. Nee, das... Es fing damit an, wir coolen, wir coolen Guys, ne? Du, ich, wir waren ja schon vor fünf, sechs Monaten. Genau, als es direkt gestartet war, waren wir schon da. Ja, da waren wir schon da und da hatten wir uns, da war es ein großartiges Netzwerk und plötzlich kommen jetzt diese ganzen Insta-Mädels. Es tut mir leid, wahrscheinlich sind die Insta-Jungs genauso schlimm und wahrscheinlich gibt das da ganz viele Live-Coaches und Yoga-Coaches und whatever, die genauso schlimm sind, aber die kriege ich ja nicht angezeigt. Ja, die wollen halt irgendwelche Liebsten so viel erzählen, ja. Instagram-Glaubten, denkt ja, das ist ein Typ, der interessiert sich also für Mädels. Also, mein Scheiß, dieses, wir müssen uns alle vernetzen. Wir sind jetzt alles Influencer. Also diese, wer alles glaubt, Influencer zu sein. Sorry, du hast 300 Follower. So, wenn du 30.000 hast, können wir mal reden, aber du hast 300 Follower, du bist alles, aber vielleicht influenzt du Leute, vielleicht von dann 300 Followern irgendwie gibt das 20, die den Kram kaufen. Ja gut, dann hast du eine ziemlich beschränkte Bubble, um es vorsichtig zu sagen. Aber Leute. Ich glaube einfach. Also Twitter kannst du nicht mehr hin, da sind nur noch Idioten. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Nein, nein, nein. Nein, das ist, aber es ist die Realität, ne? Ah, okay, Entschuldigung. Dann stimmt das halt. Und Instagram, also ich, ich, Blue Sky ist, ich habe neulich, heute irgendwas, ich weiß gar nicht von wem gelesen, auf Threads, der schrieb irgendwie, der hat gethreaded. Threads ist so ähnlich, als wenn du Twitter aufmachst und ein Fast-Forward-Button hast, wo alles in doppelter Geschwindigkeit abläuft. Und das Gefühl habe ich auch so, Blue Sky dagegen ist so total entspannt und total ruhig, aber mittlerweile auch total langweilig. Das stimmt auch, gebe ich dir recht, weil ich habe mir gesagt, so Blue Sky, das ist so die Insel der, ja nicht der Geretteten, ne? Aber die halten, die klammern sich schon beim Blue Sky fest, weil Threads ist halt wirklich Autobahn, das ist auch so ein guter Begriff. Aber wirklich das größte Problem in meinen Augen bei Threads ist einfach diese direkte Verknüpfung mit Instagram. Du kannst ja per Klick bei der Einrichtung schon sagen, hol alles von Instagram und ich glaube, da holt er sich dann auch hier den ganzen anderen Kram her und der Algorithmus arbeitet wohl nicht perfekt, also bei TikTok ist er wirklich perfektioniert, hier arbeitet er so semi-professionell gut und deshalb, ich komme ja mit dem Blocken und Stummschalten gar nicht mehr hinterher und das hast du bei Blue Sky nicht. Bei Blue Sky musst du ja wirklich dich aktiv mit den Leuten beschäftigen, vernetzen, suchen und finden und tralala. Ja, und ich glaube, das ist wieder so ein Ding, weil du ja nach wie vor einen Invite-Code brauchst dafür. Achso, übrigens, ich habe drei Codes zu vergeben, wer einen haben will, über einen Kommentar in einem Blogartikel schicke ich euch den Invite-Code zu. Das ist ja auch jetzt so ein Influencer-Game, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, wohin damit. Du kaufst mir die Milch, die ich da verlinke. Ja, ich weiß nicht, wen will die ja keine haben. Du hast natürlich komplett recht, bei Blue Sky kommt aber eine Sache hinzu und die ärgert mich. Wir haben da beim letzten, nee, haben wir gar nicht. Blue Sky wurde ja von Dorsey gegründet, das ist ja der Gründer, der seinerzeit auch Twitter gegründet hat. Da hat Elon ihn rausgeschmissen, er hat ein neues Netzwerk aufgemacht. Die haben jetzt ungefähr ein Jahr Zeit gehabt, nach einem Jahr. Es läuft immer noch über den Invite-Codes, nach einem Jahr. Du hast immer noch keine Möglichkeit GIFs oder Videos. Ich kann jeden echten Influencer verstehen, der sagt, ja, Blue Sky ist nett, aber heute sagt man Influencer. Der Jan Böhmermann wurde mal gefragt, wie er da mit YouTubern umgeht. Und da hat er gesagt, naja, am Anfang hat man halt auch gesagt, ja gut, das ist halt ein YouTuber, was soll ich machen? Bis dann der Redaktion auffiel, naja gut, der Typ hat 5 Millionen Zuseher im Monat. Wenn jemand im Fernsehen 5 Millionen Zuschauer hat, würde man den roten Teppich ausrollen und sagen, das ist der absolute Megastar. Und genauso muss man dann halt auch diese YouTuber oder halt Influencer, die eine so große Gruppe an Menschen beeinflussen, wie auch immer man das jetzt findet. Ist ja völlig egal, aber Thomas Gottschalk hat ja auch nicht alle Kerzen auf der Kirsche. Und mein Mike Krüger hat auch nicht alle Bimmel am Bommel. Also mal ganz ehrlich, so die Helden meiner Jugend, also ich weiß nicht, ob Mike Krüger damals, ob der wirklich cleverer war, als die Influencer, die heute da draußen waren. Aber sie waren früher Influencer, wie oft waren Filmstars oder so, die haben Werbung gemacht im Fernsehen. Wie oft war Mike Krüger im Fernsehen, der hat mir jeden Scheiß, ich glaube Müller hat mir jeden Mist verkauft. Ganz genau, das waren die Influencer von damals. Eine, eine, es gibt übrigens, die meisten von euch nutzen ja Spotify, weg damit, nutzt was anderes. Ich nutze dieser, ich glaube, du nutzt YouTube oder was nutzt du? YouTube Music, weil ich ja ein YouTube Premium habe, da ist das Kosmos dabei, das ist der einzige Grund. Und es gibt das Hörbuch von Mike Krüger und zwar seine Biografie. Die ist so, bis es in die 70er Jahre geht, die Hamburger, die erste Hamburger Szene, so Onkel Pö und so weiter kann man sich das anhören. 80er mit Thomas Gottschalk ist langweilig. Aber die Kindheit ist spannend von Mike Krüger. Hört euch das mal an, da geht es um Mord und Totschlag. Ui, 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 ich verlinke es mal. Also, und sein Vater war irgendwie am Chef der neuen Heimat dieses Immobilienkonzerns, weißt du? Ja, ja, natürlich, es war damals ein Riesenskandal. Ja, ja, und sein Vater hat irgendwie, ist mit seiner Mutter übers Wochenende ins Hotel gefahren und seine Mutter ist dann irgendwie an diesem Hotelwochenende gestorben, weil sie irgendwie in die Treppe runtergefallen ist, ganz merkwürdig. Und eine Woche später hat sein Vater dann seine Sekretärin geheiratet und Mike Krüger auf irgendeinen Internat geschickt. Also, hört euch das mal an. Das erzählte auch relativ gut, aber der Typ war damals ein Influencer, genau wie Thomas Gottschalk. Ich sag nur Gummibärchen. Ja, genau. Und das hast du mit viel... Manfred Krug hat alte Omas betrogen, in denen er ihn Telekom-Aktien angespetzt hat. So, da ist mir das doch lieber, dass da heute irgend so ein Z-Promi sitzt und mir irgendwelche Häkelwahn andödelt. Das Witzige ist halt nur, es gibt ja Schauspieler, die im Tatort auftreten oder die in Hollywood auftreten oder was auch immer. Also, halt Schauspieler oder halt Schauspieler, die am Burgtheater auftreten oder in Berlin oder in Hamburg. Und dann gibt es auch Schauspieler, die irgendwo, ohne das werten zu wollen, aber die halt irgendwo in so einem Freizeittheater in Gütersloh spielen. Na, so tagsüber hast du irgendeinen Job und abends bist du halt Schauspieler, ist dein Hobby. Ich hab das Gefühl, diese Art Schauspieler gibt das halt auch bei den Influencern. Du hast 300 Leute und ich hab nämlich Leute erlebt auf Threads, die sich mit 300 Followern darüber aufregen, dass die Instagramer jetzt so morgens bis abends gescholten werden. Das muss man auch sagen. Die Influencer sind auf Threads schon freiwillig. Die sind zum Abschluss abgegeben, weil die einfach nerven. Ja, weil wer ist denn zuerst zu Threads gekommen? Das waren alle, die sich schon bei X frühzeitig abgewendet haben. Genau. Und als sie mitbekommen haben, da kommt was Neues, die sind sofort umgezogen, da ist die ganze Instagram-Influencer-Bumble noch gar nicht mitgegangen. Jetzt auf einmal haben die ja einen So-Schub bekommen, weil es ja hieß, Threads kommt nach Europa. Und das ist ja dieser Anlaufschub, dem wird ja Threads nicht beibehalten. Die haben ja an einem Tag 100 Millionen neue Nutzer generiert, als Threads offiziell in Europa gestartet ist. Und das wird jetzt halt jetzt wirklich fortgespült. Also du hast jetzt diese kleine Bubble, die du dir selber jetzt schon so aufgebaut hast in ganz kurzer Zeit, bevor es abgeschaltet wurde für Europa. Die wurde jetzt auf einmal weggespült zwischen 300.000 Threads, wo du sagst, was soll denn das? Das hilft überhaupt nicht weiter. Und das musst du jetzt erstmal wieder mühsam zusammenklauben. Ich habe schon überlegt, wie kann ich denn diese Verbindung zu Instagram wieder kappen, um eben da meine Ruhe zu haben. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe neulich irgendwie nämlich von irgendeinem Influencer gelesen, ey Edson, ich habe keinen Bock mehr, diese Verbindung zu Instagram ist ja nervig, wie kappe ich das? Und die Antwort war, die von allgemein akzeptiert war, da musst du dein Instagram-Konto löschen. Ich glaube, du kannst es sogar ohne Profil nutzen, aber du musst wieder alles retour machen. Und die wollen auch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja die ersten Gerüchte, dass jetzt auch Facebook mit reinläuft ins Fetz und WhatsApp. Das hatte ich neulich, da habe ich dann irgendwie, ich habe immer noch mein Facebook-Konto, habe da aber seit anderthalb Jahren oder so nichts mehr gemacht, weil ich da gar nichts mehr mache. Ich gucke da überhaupt nicht mehr rein, das liegt da einfach tot rum. Und neulich habe ich irgendwie, habe ich eine Story gepostet auf Instagram und die ist dann auch auf Facebook hochgegangen. Irgendwie hatte ich dann Facebook-Benachrichtigungen, die mir sagen, wo Freunde geschrieben haben, hey, schön, dass du wieder da bist. Und ich sage, seid ihr bescheuert? Markus, nutzt Facebook? Und das, also, das war früher ja so, dass du irgendwie das, wir haben ja, ich habe bei mir im Job ganz häufig die Opt-in- oder Opt-out-Geschichte. Stimmst du den Datenschutzbedingungen eines Dienstes von vornherein zu oder stimmst du denen nicht zu? Oder gehe ich als Anbieter davon aus, dass du zustimmst und du musst aktiv ein Opt-out geben, also aktiv das verneinen? Bisher war das bei Facebook so, Instagram, Facebook. Ich musste aktiv sagen, ja, teile meine Daten auch auf Facebook. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis Facebook das umdreht und sagt, du musst das aktiv abwählen, dass das eben nicht mehr auf Facebook geteilt wird, wenn du was auf Instagram machst. Und dann kommen wir zum Dritten. Das ist WhatsApp. Und das, was ich irgendwie Elon Musk am übelsten nehme, neben all den ganzen, also das ist nicht das Übelste, aber das ist einfach auch eine Frechheit, dass er es geschafft hat, aus Mark Zuckerberg, der so ziemlich einer der bösesten Menschen im Internet ist, etwas gemacht zu haben, was eben gar nicht mehr so böse wirkt. Das ist so ähnlich wie Donald Trump, der dazu geführt hat, dass man heutzutage über George W. Bush denkt, auch so schlimm war der gar nicht. Und noch krasser ist, der Musk versucht ja aus X so ein Multinetzwerk zu machen. Der Zuckerberg macht das mal so eben durch die Hintertür und keiner merkt es. Das ist so geil. Wenn er wirklich jetzt sagt, wir verbinden jetzt Threads mit Instagram, was jetzt schon da ist. Wir verbinden es mit Facebook, dann noch mit WhatsApp. Es gibt ja noch viel, viel mehr in diesem ganzen Meta-Universe. Wenn wir die alle verbinden, dann haben wir schon so eine Art Multi, weil dann kommt als nächstes die Bezahlfunktion, da macht er fünf Klicks, dann hat er die Bezahlfunktion. Oder gibt es das nicht, sogar Facebook-Coins? Wahrscheinlich. Da war doch schon so mal, irgendwas habe ich da mal, egal. Auf jeden Fall, also er hat ja schon... Du hast das Meta-Verse, du hast die 3D, du hast die Virtual-Reality-Geschichte, du hast wirklich alles dabei. Vielleicht sollte irgendwie Elon Musk aufhören, ständig in jede bescheuerte Talkshow zu rennen, sagen wir mal, wieder anfangen zu arbeiten. Dann Meta kaufen, dann hat er seine Only-One-App. Ja, das Problem ist einfach, er hat jetzt ja gar nicht mehr so viel Kohle. Man darf ja eins nicht vergessen, er hat 40 Milliarden in den Sand gesetzt für Twitter. Jetzt kommen noch die 6% Strafzahlung der EU, weil die EU hat ja Twitter jetzt verklagt, ist ja heute rausgekommen. Da heißt es ja, die EU hat ja diesen neuen Act, dass Netzwerke politisch nicht missbraucht werden dürfen, dass sie die Wahrheit und so weiter und so weiter. Und dass sie Kontrollen einführen müssen, was übrigens, bevor jetzt jemand sagt, das ist ja ein Skandal. Ja, sorry Leute, jede Kneipe hat sowas. Jeder Haushalt. Ich kann ja in meinen eigenen vier Wänden auch nicht das von mir geben, was ich will. Zumindest da nicht, wenn es andere mitbekommt. Genau. So, Punkt. Und demzufolge, die Strafe sind 6%. Das weiß ich nicht, ob das Jahresumsatz ist. Ich glaube, das dürfte bei Twitter genauso viel sein. Ich glaube, das sind Jahresumsätze, da geht das. Aber wie dem auch sei, das ist irgendwie, es sind mittlerweile alle großen Werber, Werber haben sich zurückgezogen. Aber ich meine, nicht mal mehr Apple wirbt auf auf Twitter X. Und man darf nicht vergessen, Apple macht Geschäft in China. Also eigentlich ist denen nichts zu blöd. Und auch das Neueste war doch hier mit Disney Plus, der Maske hat ja Riesenprobleme mit dem Chef von Disney Plus oder mit Disney. Und was macht Maske als erstes? Er schmeißt die Disney Plus App aus allen Teslas raus. Das ist so dämlich. Das hat so wie so ein kleines beleidigtes Kind, ne? Nebenbei, wer ist eigentlich der Verbrecher, der die Join App programmiert hat? Ich mag die Join App aus zwei Gründen. Eigentlich aus drei. Es gibt so einen ganz bösen King, den ich habe. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Es ist eine Serie, da ersteigert man so Lagerräume. Ach ja, ja, ja. Gucke ich manchmal ganz gerne. Lief früher, wenn ich morgens um vier oder fünf Feierabend hatte auf St. Pauli. Und ich mit einem Burger mich irgendwie ins Bett geschlichen habe. Irgendwie habe ich Storage Wars geguckt und alles super. Läuft auf Join. Auf Join läuft aber auch, wer steht mir die Show? Und ich wirklich gerne gucke und irgendwie der übliche Jokun-Class-Scheiß. Wer hat diese App programmiert? Wieso ist das nicht? Wieso muss ich, ich habe eine Folge zur Hälfte geguckt und möchte dann eine andere Folge dieser Serie gucken. Ich muss diese Serie über die Suchmaschine, also über die Suche neu suchen. Ich kann nicht auf die Folge gehen und sagen, zeig mir jetzt die Serie und zeig mir andere Folgen oder andere Staffeln. Ich muss jedes Mal die Suche bemühen, was total nervig ist. Da kannst du auch dann, Entschuldigung, aber RTL Plus genauso. Du hast in der Merkliste und RTL Plus kriegt es nicht geschafft, die so zu sortieren, dass die neuesten Folgen oben sind. Nein, du musst nicht immer zu tausend Menüs klicken, wo habe ich denn neue Folgen drinne, weil das nicht angezeigt wird zentral. Das finde ich total affig. Ey Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben 2024 vor der Tür. Das muss doch zu programmieren sein. Frag doch die Jungs von Beepermini, die haben da einen. Ja, das ist wohl wahr, aber RTL ist tatsächlich, das ist, gucke ich, ich gucke ja eigentlich, ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Ich bin über diese, ich taste mich da immer über YouTube ran. Also sie haben ja alle Serien, haben ja irgendwie so kurze Snippets immer auf YouTube oder bei Joko und Klaas ist dann so ein Spiel. Und dann gucke ich mir mal so ein Spiel an, 10 Minuten, das ertrage ich. Und da kann ich schon sehr schnell sagen, nee, ist scheiße oder das ist gut. Und irgendwann haben die mich so weit, dass ich sage, okay, jetzt gucke ich mir alles an. Und da gibt das nicht viel, das sind so 4, 5 Serien. LOL ist zum Beispiel einer der Punkte. Eine der Serien, habe ich heute gesehen, ist heute ein Amazon-Weihnachtsspecial von LOL rausgekommen. Das liegt aber auch daran, dass da irgendwie Leute wie Teddy Tecklenbrun und Kurt Krömer und so mitmachen, wo ich mich einfach wegschmeißen kann vor Lachen. Das sind aber auch Influencer, die machen alle Werbung für irgendeinen Scheiß und sei es nur für sich. Nebenbei, kommen wir mal zu dem Ernst des Lebens. Da bin ich nämlich drüber gestolpert und habe mir gedacht, what the heck. Microsoft und TomTom haben sich zusammengetan und werden wohl auf der kommenden CES einen Konkurrenten zu Apple CarPlay und Android Auto präsentieren. Und dann Meta. Hm, und ich habe mir so gesagt, was wollen die bezwecken? Meta. Meta. Ja. Das Konglomerat ist eigentlich TomTom, Microsoft und Meta. Die haben schon vor einem Jahr, das war relativ klar, eine Firma oder ein Unternehmen gegründet, wo es darum ging, die Open-Street-Map praktisch zu ersetzen. Und da ist auch Facebook und Zuckerberg wieder mit dabei. Und Elon Musk sitzt an irgendwelchen Talkshows und erzählt, er ist der Recker der freien Sprache, während Mark Zuckerberg einfach mal so durch die Gegend geht und irgendwie alles irgendwie platt macht, was nur platt zu machen ist. Das ist aber, die haben schon 2022 einen Dienst gegründet und zusammen mit Microsoft. Und es wundert mich halt jetzt, dass Meta da eben nicht mehr mit dabei ist. Mich wundert so, was überhaupt der Ansatz ist. Der Ansatz soll ja sein, dass diese AI, nicht KI, Betonung, also diese Artificial Intelligence, in die TomToms reinbekommen auf Basis von Microsoft, weil Microsoft ja auch in dieser Schiene sehr aktiv dabei ist. TomTom, das Navi, ich nutze es jeden Tag, sobald ich ins Auto einsteige, läuft über Apple CarPlay, läuft mein TomTom und über Langstrecke lasse ich mich darüber navigieren, weil da geht nichts drüber. Ich frage mich nur, was soll mir das im Auto nutzen, wenn ich ins Auto steige und mich navigieren lassen möchte, dafür ist TomTom da. Dann sage ich, führe mich von A nach B. Ich suche das Ziel XY. Aber wozu soll ich mich mit dem TomTom Navi unterhalten? Weil wenn ich ein Restaurant suche, mache ich das vorab über Google und weiß die ganzen Dienste, die es dafür gibt. Oder ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ja, aber du bist nicht die Zielgruppe, wie so häufig. Du steigst ins Auto, fährst zur Arbeit, steigst du aus. Oder du steigst ins Auto, fährst in irgendein Restaurant, in irgendein Hotel oder sonst irgendwo. Genau, von A nach B. Es gibt aber Leute, und das ist wahrscheinlich ein sehr großer Teil, die nutzen das Auto als Arbeitsmittel. So wie ich. Und ich bin irgendwo im Arsch der Welt unterwegs und habe Hunger auf eine Pizza. Wenn ich jetzt in der Nähe von Hamburg wäre, wüsste ich sofort, wo ich hinfahre und eine Pizza habe. Wenn ich, ich sage mal, in Köln bin. Wenn ich in Frankfurt bin, in Dresden, wo auch immer. Oder es wird ja noch viel schlimmer. Du bist in Ostfriesland. Da ist die Frage, gibt es hier überhaupt Pizza? Das heißt, all diese Außendienstmitarbeiter, für die ist dieser Dienst perfekt. Und da ist dann TomTom auch wirklich nicht mehr die erste Wahl, sondern das ist Google Maps. Weil die Verbindung zwischen den Points of Interest und der Kartenanwendung ist bei keinem Dienst so gut wie bei Google Maps. Warum? Durch die Datenbasis. Du hast die langere Erfahrung, weil TomTom ist ein reines Navi. Die haben diese Navigation perfektioniert. Ja, Moment. TomTom ist, dahinter stecken Telematrieunternehmen. Also TomTom ist viel, viel mehr. TomTom ist eine Flotten-Software-Lösung, ist viel mehr. Aber es ist einfach, du bist irgendwo im Siebengebirge unterwegs und du hast Bock auf Pizza. Und jetzt kriegst du drei Pizzerien zur Auswahl, weil es gibt ja immer mehr als eine. Jetzt weiß ich, als jemand, der 600 Kilometer entfernt davon lebt und da zufällig in der Ecke ist und Hunger auf Pizza oder Pasta hat. Nun bin ich ja darauf angewiesen, den zu finden, wo ich keinen Schrott bekomme. Also suche ich mir den, wo ich sehe, es gibt da 500 Bewertungen wie das Übliche. Und damit wollen die Geld verdienen. Da ist richtig, richtig viel Geld. Nimm mal Essen und Trinken weg. Wobei das für mich wirklich so ein wirklicher Mehrwert ist, den mir das immer wieder bietet. Wenn du stundenlange auf der Autobahn unterwegs bist und nichts ist schlimmer als diese beschissene Currywurst mit Pommes an den Autorasten. Du kannst sie nach drei Tagen nicht mehr sehen. Und es gibt an jeder Raste denselben Mist. Mein, mal ehrlich, ich glaube, da gibt es auch schon Petitionen gegen Autobahnrasten. Das ist eine, eine unglaubliche Frechheit, was da geboten wird. Übrigens auch zu Preisen. Völlig beteuert. Und du fährst einmal über die Grenze, okay, musst über zwei Grenzen fahren. Und bist in Italien und fährst an die, direkt hinter Bozen, an die ekelhafteste, durchgerockteste, durchgesiffteste Autobahnraste. Kommst da rein und siehst dort Essen, wo du denkst, ja geil, das kriege ich in Deutschland nicht mal im Restaurant. Das ist ja der Hammer. Und kriegst da Kaffee, wo du denkst, ja, da lege ich mich rein. Und das kostet ein Appel und ein Ei. Wie dem auch sei, diese Dienste, also deshalb, ich gehe da absolut mit. Für Überlandfahrten ist TomTom wirklich gut, ist richtig gut, ist auch besser als Google Maps. Aber wenn du dann am Ort selber bist und hast Hunger und du brauchst zwischendurch, weil du müde wirst, ein Hotel oder, oder, oder. Da ist richtig, richtig viel Geld zu verdienen, denn das sind ja alles Werbedaten. Ja, natürlich. Dann frage ich mich halt, warum TomTom mit Microsoft zusammen geht, direkt mit Google zusammen geht. Weil es soll ja auch dann diese Sprachausgabe und diese ganze Sprachkram da, also auf deutsche Assistenten mit integriert werden. Und das konnte ja Microsoft ja nie so wirklich gut. Ja, Microsoft ist ja relativ weit vorne. Ja, natürlich. Aber sie entwickeln weiter, aber sie haben es nie perfektioniert. Obwohl, es hat ja eigentlich keiner perfektioniert. Jetzt mal ein Butter bei den Fischen. Hast du, du hast ja auch ein Auto, mit dem du sprechen kannst, ne? Ja. Und hast du das mal probiert? Ich mach's ständig. Ich krieg das Auto nicht anders. Ich krieg die Motten, ja? Weil der mich nicht versteht hier oder er macht die falsche. Weil ich hab jetzt verschiedene Automodelle von verschiedenen Herstellern durchprobiert. Das funktioniert bei keinem so richtig geil, ne? Also, ehrlicherweise funktioniert es wirklich sehr gut. Tut mir leid. Also, da muss ich, also bei mir ist das so, ich bediene mein, also ich hab in der Mittelkonsole hab ich so einen, da wo ich meinen Arm drauf lege beim Fahren. So ein, ich nenne das Ding mal meinen Trucker-Ableger. Und da ist aber so ein Fach drunter. Also so ein Lederteil drauf, das klappst du hoch und da schmeiße ich das Handy rein, Deggel zu, Arm drauf. Das heißt, ich nehme das Telefon, während ich Stunden unterwegs bin, nie in die Hand. Ja, brauchst du eigentlich heute, ja. Genau, ich mach alles mit der Sprache. Alles. Und das funktioniert hervorragend. Jetzt stellt sich aber eine Frage. Ist das das Sprachmodell, was im Fahrzeug eingebaut ist? Und da kann ich dir sagen, das kann es nicht sein, weil die Sprachmodelle fast aller Hersteller sind katastrophal schlecht. Es wird also die Software sein, die du nutzt. Und eine Sache, die ich wirklich, weil ich höre das nicht, ich höre das von jemandem, den ich ganz gut kenne, der nutzt ein iPhone. Und ich höre dasselbe Problem bei dir. Kann es sein, dass es das Pixel-Sprachmodell auf Android ist, was einfach wirklich besser funktioniert als am Siri, am iPhone und Microsoft hat ja... Okay, ich nutze ja das Sprachmodell vom Auto, ne? Ja, dahinter, ach so, Moment, okay. Also direkt vom Auto. Ich rede jetzt nicht von Siri oder von Google Assistant und so Kram, wirklich vom Auto selber. Und das funktioniert auch so Dinge mit Senderwechsel, laut, leiser. Ja, das funktioniert immer gut. Aber wenn du mal ein bisschen navigier mich mal von A nach B oder suche mir mal eine Tankstelle für zwischendurch, da fängt es schon an. Wenn die Navi so anfangen, rumzublödeln. Ja, pass auf, folgendes bei meinem Auto. Ich nutze das so gut wie nie. Also wirklich so gut wie nie. Ich habe es natürlich aber ausprobiert. Wenn ich meinem Auto sage, also dem System, also ich nutze ein Ford, das ist Sync 3 bei mir. Wenn ich Sync 3 sage, navigiere mich zur nächsten Aral, weil ich Benzin brauche. Dann sagt das Auto zu mir, wo möchtest du hin? Oder suche aus einer Liste etwas aus. Oder sage, also das heißt, es navigiert mich nicht dahin, sondern es gibt mir weitere Menüs zur Auswahl, die ich mit Sprache auswählen muss. Sobald ich Android Auto dran habe, mein Pixel dran, sage ich, navigiere mich zur nächsten Aral, ist es da. Nee, das funktioniert wiederum. Also wenn ich über Apple CarPlay oder Android Auto gehe, dann funktioniert es. Und jetzt weißt du auch, jetzt weißt du, warum Microsoft und TomTom zusammengehen. Und jetzt wird es ganz lustig, GM hat jetzt letzte Woche bekannt gegeben, dass GM keinerlei Zusatzsoftware, also Apple CarPlay und Android Autos in ihren Fahrzeugen, also General Motors, in ihren Fahrzeugen mir zulassen wird. Das heißt, sie werden rein auf proprietäre Mittel setzen, Lösungen setzen, die eine Katastrophe sind bei GM. Ich kenne die auch bei GM. Du musst bei GM im System drei Stufen, also du musst drei Ebenen nach unten gehen. Das heißt, auf Display tippen, Einstellungen, nächster Tipp, nächster Tipp, bevor du das Handschuhfach geöffnet bekommst. Und das ist auch so ein Thema, diese immer mehr Displays im Auto. Ich finde das langsam echt gefährlich. Weil wenn du wie früher einfach eine Taste hast, dann hast du blind hingegriffen und kostest eine Taste drücken, weil du wusstest... Entschuldigung, ich muss gerade an den letzten Podcast... Entschuldigung, Entschuldigung, Auto, Auto, GTA 5. Ich finde das echt gefährlich mit den ganzen Displays im Auto. Ja, stell dir mal vor, da lässt jemand GTA 5 während der Autofahrt drauf abspielen. Ja, nee, aber jetzt mal ehrlich, weil du kriegst auf dem Display eigentlich nie ein haptisches Feedback. VW rudert schon zurück. Du guckst nämlich immer, wo du hindrückst mit dem Finger, weil du nicht dein Name drückst. Du hast früher eine Taste für die Heckscheibenheizung gehabt, die hast du gedrückt, dann war die Heckscheibenheizung an oder aus. Und wie du schon sagst, im Handschuhfach. Das Handschuhfach mache ich dir während der Fahrt blind auf. Ja, muss ich auch, da sind meine ganzen Bonbons drin. Genau, wenn du noch ein altes Handschuhfach hast. Aber wenn du heute so einen neumodischen Kack hast mit Display, musst du durch 25 Untermenüs, bis du dieses Kack-Handschuhfach öffnest, das kann es doch nicht sein. Also Displays für die Anzeigen finde ich das geil. Für so Entertainment, dass sie dir dann Kaffee anzeigen, so, finde ich toll. Aber grundlegende Funktionen des Autos gehören nicht auf ein Display, die gehören auf eine haptische Taste. Ich muss jetzt wirklich, wirklich was dazu sagen. Ich nutze ein Fahrzeug, also mein Auto hat kein Tacho mehr oder Drehzahlmesser. Sondern es ist einfach ein Display hinterm Dashboard eingebaut, was dann in den verschiedenen Fahrmodis auch verschieden ausgelaufen ist. Also es ist geil, ich mag das. Ich finde das toll. Ich finde das super. Ich habe da nichts Analoges mehr. Und dann habe ich daneben auch noch ein großes Display, wo halt irgendwie dann Spotify und der ganze Kram braucht. Wo mein Apple Music... So, jetzt habe ich aber ein klassisches Handschuhfach, was ich mit einem Hebel aufmachen kann. Meine Lenkradheizung, meine Scheibenheizung und dieser ganze Kram sind Knöpfe, die ich eindrücken kann. Genau, und dann gehst du mal in einen großen BMW und da hast du nur noch Displays, dann denkst du dir, boah, das sieht schon geil aus, ne? Du hast aber manchmal trotzdem das Gefühl, dass der Typ vor dir so fährt, wie er fährt, weil er irgendwie versucht, währenddessen die Lautstärke zu öffnen. Ja, oder ein Handschuhfach zu öffnen. Ja, es reicht ja schon aus, dass wenn du gerade hier, wenn ich bei mir Richtung Osten fahre, bin ich halt sofort im McPom drüben. Du hast die ganzen Alleen, wo irgendwie zwei moderne Fahrzeuge mit Mühe und Not vorbeikommen, zwei Pickups auf gar keinen Fall. Dafür sind die Dinger nicht ausgelegt, da sollten Trabis längs fahren. Und wenn da der eine der Meinung ist, und sei es nur, aufs Display zu schauen, weil er irgendwie der Navigation folgt, auch das ist etwas. Du kannst bei mir die Navigation, die Navigationslösung vom großen Display auf das Display hinterm Dashboard spiegeln. So, ist total sinnvoll, aber viele gucken halt die ganze Zeit nach rechts. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, warum Microsoft und TomTom da zusammenarbeiten. Ich bin da sehr gespannt. Ich weiß, dass einer der größten Anbieter dieser Lösung Amazon ist. Auch die sind mit einer einzelnen Lösung unterwegs. Und auch da geht es praktisch um Geld. Also du kannst zum Beispiel, wenn du zum Mediamarkt fährst, also du hast bei Google, das ist der Traum, der feuchte Traum eines jeden Werbers. Du hast bei Google nach einem iPhone gegoogelt und du fährst dann zu einem Mediamarkt, das dann dein Navigationssystem, was von Amazon ist, mitbekommt, dass du vor einem Mediamarkt stehst und einblendest. Ich habe hier gerade das iPhone im Angebot bei Amazon für dich. Bestell das doch jetzt, dann brauchst du gar nicht in diesen dreckigen Laden rein. Apropos, wo ich das auch noch sehe, diese Microsoft-TomTom-Verbindung. Wenn du deinem TomTom sagst, oder Microsoft, wie auch immer, sagst, hör zu, ich suche eine Tankstelle. Dann sagt dir diese AI, wir haben hier eine Shell Aral, weißt du, guck, guck was, hier kostet Sprit 1,15. Aber hier ein Ort weiter ist so eine kleine freie Tankstelle, da kostet nur 1,05 Euro. Und willst du lieber zur günstigen oder zu der Markentankstelle? Und dann sagst du, ja, dann nehme ich doch die günstige Tankstelle und dann routet der Automarschinen. Da würde ich mir das gefallen lassen. Oder wenn du sagst, ich suche eine Pizza, bin aber Vegetarier oder sonst was. Ich suche da eine anständige Pizzeria, dass er sagt, hier, da habe ich mehrere zum Auswahl. Die eine hat die in die Bewertung. Wenn das so agiert. Aber genau so funktioniert das ja. Ja, wenn es dann so funktioniert, dann willkommen. Ich habe es dir heute erst wieder bei Apple CarPlay, wird es eh nicht sein, wenn du Google Maps nutzt. Aber bei Android Autos, wenn du halt, was habe ich, ich habe heute irgendwas gesucht. Da werden dir sofort drei Vorschläge angezeigt. Und du kannst dann, wie du das bei Google Maps kannst, siehst du die drei Vorschläge auf deinem Display. Du siehst die Bewertung. Du kannst da direkt anrufen oder mit dem blauen Button, da klickst du drauf und dann lässt du dich zu einem von den dreien hinruhen. Und das Ganze ist per Sprache bedient. Er liest dir das vor. Das würde bei, sobald du Android Auto nutzt oder wahrscheinlich Apple CarPlay auch, würde das funktionieren. Schlimm sind einfach, ich habe mal den Test gemacht. Du kriegst ja, wenn du Google Maps nutzt, also Google Maps nutzt als Navigation oder auch TomTom, da kriegst du ja irgendwann diese rote Linie, wenn irgendwie in diversen Kilometern Stau kommt. Auch sehr zuverlässig, zumindest innerorts. Genau, genau, bei beiden Anbietern. So, ich habe es mal überlegt. Ich habe mal, Google sagte mir, hey, da vorne kommt ein Stau oder dann kommt ja die Nachricht, du bist weiterhin auf der schnellsten Route. Das heißt, der Stau, das Umfahren des Staus würde länger dauern. TomTom ist eher dafür bekannt, dass sie einen sofort umleiten. Also TomTom will eher, dass du unterwegs bist und fährst, als dass du irgendwie in einem Stau stehst bei 35 Grad und dann die Milch verlierst. Ja, aber das hat einen Grund, das hat TomTom mal begründet. Das hat TomTom begründet, warum sie es tun. Mein Probitär, ich brauche es niemanden verteidigen, das ist ja nicht mal gut oder schlecht. Nein, 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 das hat einen Grund, wirklich einen Grund. Mein Probitär, Anbieter von meinem Auto, der sagt, und die sagen, hey, wir können das auch, wir haben Stauerkennung. Du bist also im Stau und dann sagt dir das Navi, du bist im Stau. Hervorragend. Hervorragend. Das habe ich bisher noch nicht erkannt. Warum macht TomTom das denn? TomTom begründet das ganz einfach. Es gibt eine Funktion, dieses, wie nenne ich das hier, klimafreundliche Fahrstil oder sowas, wie sie es nennt. Wenn du das abschaltest, dann lässt TomTom dich auch durch Staus durchfahren, wenn sie sagen, du bist hier schneller, als wenn du Umwege fährst. Aber TomTom begründet halt, wenn du Stop and Go auf der Autobahn fährst, verbrauchst du mehr Sprit. Wenn du beständig auf der Landstraße über Umwege, zwar 10 Kilometer mehr, aber beständig mit 80 km fährst, verbrauchst du am Ende weniger Sprit. Das ist der einzige Grund, wenn du diese Funktion abschaltest und dann nur, sag ich jetzt, die schnellste Route wählst automatisch, dann passiert es seltener. Das habe ich mir extra mal erklären lassen von einem Servicemail von TomTom, weil ich auch gefragt habe, wieso schickt, ich habe hier einen Stau von 500 Metern und der schickt mich 10 Kilometer durch die Wallachai. Habe ich schon ein paar Mal gefragt. Ich habe einen Hybrid und ich habe eingegeben, dass ich einen Hybrid habe, also das sollte eigentlich nichts machen. Wie dem auch sei, ich bin lieber unterwegs, als dass ich im Stau stehe, weil das ist einfach wirklich nervig. Und vor allem wie schön Deutschland ist, sieht man das. Ich wollte es gerade sagen, man sieht auch mal was, ich bin neulich in einem Ort gewesen, der war so groß, der war winzig klein und plötzlich stell ich fest, sie so hat eine riesengroße Kirche. Riesengroß, ein Kuppelbau, irgendwo in Ostfriesland. Ach, das war ein Instagram-Bild, das eine. Ja, das ist ein Dorf irgendwie, da gab es eine Pizzeria und ein Griechen. Das Ding war winzig klein, aber die Kirche, ey, du stehst da vor und denkst, Alter, das Ding ist größer als das ganze Dorf. Riesiger Kuppelbau in Ostfriesland, wusstest du vorher nicht, gift hat alles. Kriegst du mit, wenn du irgendwie diese Dienste nutzt, aber ich finde das sehr spannend. Und es gibt noch eine Kleinigkeit dabei. Zunächst einmal der virtuelle Assistent oder die KI-Funktion, da ist Microsoft ja wirklich deutlich vorne. Wir haben ja mittlerweile in Bing auch die Möglichkeit dort, die dürfen wir ja nicht vergessen, wer ist denn bei OpenAI, ChatGBT mit dabei? Hallo Microsoft. Ja, genau. Und demzufolge, da sind sie schon ganz vorne mit dabei. Was die noch nicht haben, ist einen kommerziellen Ansatz gefunden. Und ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat wirklich, der macht Routenplanung über KI. Also der nutzt wirklich eine künstliche Intelligenz, um die Routen seiner Fahrzeuge zu planen und nutzt jetzt eine Software, die da drauf gesetzt wird, um zu gucken, ob die Fahrer sich auch an die vorgeplanten Routen halten. Weil er sagt, das ist immer wieder ein Problem, dass ein Fahrer, die Fahrer wissen ja, wer die Routen geplant hat. Ja, der fahre ich nicht längst, der einen Computer gemacht hat. Das mache ich nicht. Du kannst dir ja vorstellen, wie die Jungs so drauf sind. Und dann sagt er, jetzt brauche ich halt noch eine Software, die da drauf gesetzt wird, die dann guckt, wo die Fahrer wirklich längst gefahren sind. Und ich glaube, TomTom bietet sowas, nicht glaube ich, ich weiß, also TomTom bietet genau sowas an. Das musst du dann aber monatlich bezahlen. Und da rede ich auch nicht von 1, 2 Euro, sondern das ist richtig, richtig teuer. 20, 25 Euro im Monat pro Fahrzeug. Das ist bei einer Flotte von 100 oder 1000 Fahrzeugen, kann man sich ausrechnen. Also TomTom verdient das Geld nicht damit, dass sie irgendwie Navi-Lösen anbieten. Mein Abo für 12 Euro im Jahr oder was es kostet. Damit verdient ich nichts. Nee, TomTom verdient das Geld, dass sie irgendwie 25 Euro pro Fahrzeug dir anbieten. Im Monat. Ja, also das macht schon Sinn. Ich frage mich halt immer so, warum muss man das so zersplittern, warum es so viele gibt. Wir kriegen ja Apple CarPlay und Android Auto und nicht alle. Der Hintergrund ist, weil gerade jeder einzelne... Ja, jeder will Geld verdienen von dem Kuchen, ne? Nein, jeder einzelne Hersteller genau an dieser Sache forscht. BMW hat sowas gerade aufgezogen. Stellantis, Stellantis ist ja Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel und so weiter. Zieht sowas gerade auf. Ich weiß, wer das noch alles aufgezogen hat. Auch ich arbeite in genau dem Bereich für einen anderen Hersteller. Dann gibt es Lösungen extra auf LKWs ausgelegt, auf Schulbusse und, 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 und. Weil das ist... Die Autohersteller haben bisher immer gesagt, wir verkaufen dir ein Auto zweimal. Wir verkaufen dir ein Auto einmal, indem wir es dir verkaufen. 30, 40, 50.000 Euro. Nimm hin, da ist das Auto. Und dann verkaufen wir das Auto im Laufzeit des Lebens, also in der Lebenszeit des Autos, noch einmal über die Servicegebühren. Über Ölwechsel 400 Euro, über einen After-Sale, hier mal einen Keilriemen, hier mal was auch immer, neues Getriebe, bla bla bla. Wir wissen anhand von Studien, dass im Bereich der Elektromobilität dieser sehr, sehr wichtige Posten den Unternehmen, den Fahrzeugunternehmen einfach auch brauchen. Die brauchen dieses Geld nicht nur, weil sie irgendwie ihre Betriebsräte finanzieren müssen, sondern ganz doll für Erforschung und Entwicklung. Die brauchen also die Kohle, um überhaupt das System am Laufen zu halten. Und 80 Prozent davon wird in Zukunft wegfallen, weil einem Elektroauto brauchst du einfach kein Getriebewechsel. Und du brauchst kein Öl reinfüllen. Ein Getriebeauto hat einfach keine Folgekosten. Ja, jetzt wird der eine oder andere kommen und sagen, Akkus und so weiter. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil es ist mein tägliches Job und ein... Selbst die Akkus halten ja deutlich länger, als sie jemals gedacht haben. Nicht nur, Lexus gibt mittlerweile Garantie auf eine Million Kilometer. Und selbst wenn so ein Akku kaputt ist, das weiß niemand besser als du, als Feuerwehrmann. Man hört dann immer von explodierenden Akkus. Noch nie gesehen. Es gibt diesen wunderbaren, wunderbar, sorry, ist ja nicht, diesen Unfall von dem Top Gear Kollegen von, der ist mit dem Remark. Ja, dem Hamilton. Dem Hamilton, genau. Wenn das Auto kein Remark, also kein Elektrowagen gewesen wäre, sondern ein Verbrenner, ein Porsche, ein Mercedes, was auch immer. Er wäre tot. Er würde nicht überleben. Aber so ein Elektroauto, das steht halt nicht sofort in Flammen, weil da keine brennbaren Dinger drin sind, sondern das kugelt da mal langsam vor sich hin. Und wenn genug Zellen im Akku zu heiß geworden sind, dann fängt das Ding an zu brennen. Aber du hast halt immer Zeit, da rauszukommen. Und heutzutage ist das ja so, dass man nicht mal mehr die ganzen Akkus ersetzt, sondern man ist in der Lage zu messen, welche Zellen sind eigentlich defekt. Und man tauscht nur noch diese Zellen aus. Das heißt, diese Kosten, also all das, was in einem normalen Fahrzeug, Bremsflüssigkeit, Getriebeflüssigkeit, Ölwechsel, AdBlue und, 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 all das fällt bei E-Autos weg. Und die Hersteller gucken, wie wild, wie kann ich diese Kosten auffangen. Das ist ein ganz, ganz großer Posten. Es gibt einen Hersteller, da zahlst du für die Sitzheizung 18 Euro im Monat. Die ist eingebaut. Die Sitzheizung ist in jedem verdammten Auto eingebaut. Heutzutage musst du eigentlich eine Sitzheizung bei jedem Fahrzeug konfigurieren. Und wenn du in Italien wohnst, brauchst du keine Sitzheizung, weil da ist warm. Wenn du in Schweden wohnst, nimmst du eine Sitzheizung. Heutzutage fangen die Hersteller an, Sitzheizung in jedes Auto einzubauen. Ja, weil es ein Kabelbaum ist. Du hast nur noch einen Sitz, wo alles drin ist. Genau. Du aktivierst es dann noch. Das sind Kosten und ich habe den Vorteil, ich kann die Sitzheizung in 10 Jahren noch verkaufen. Selbst wenn das Auto jetzt in Italien fährt und die nächsten 7 Jahre kein Mensch irgendwie die Sitzheizung braucht, vielleicht wird das in 8 Jahren nach Hamburg verkauft. Und da sagen die Leute, naja, von Oktober bis April hätte ich ganz gern einen warmen Popo. Und du kannst also in 10 Jahren noch Geld mit diesem Auto verdienen. Ich weiß nicht welcher, Porsche, BMW, einer der beiden, lässt sich gerade für 180 Euro dafür bezahlen, dass Apple CarPlay und Android Auto überhaupt vorgesehen sind. Das heißt, allein dafür, dass diese kostenlose Software, dass du die nutzen kannst, musst du den Geld bezahlen. Ich habe einen Hersteller, der, da musst du, wenn du dein Display, wir haben von den Displays hinter dem Lenkrad gesprochen, deinem Dashboard, wenn du da noch neue Features einblenden willst oder neue Töne, dass dein Auto sich anhört wie die Enterprise, musst du dafür monatlich Geld bezahlen. Dann hast du einen älteren Verkäufer deiner Schulung, die dir sagen, ja wir bezahlen dafür Geld. Und dann sagst du, Diggi, du hast doch selber früher irgendwie 2 Euro im Monat oder 4 Mark für den fickenden Frosch bei Jamba bezahlt. Sorry. Und das sind Autos, da geben die Leute 80.000, 50.000, 30.000 Euro für aus. Natürlich zahlen die da 2 Euro im Monat dafür, dass du irgendwie ein buntes Licht da irgendwie in deinem Dashboard machen kannst. Und deshalb gehen Microsoft und TomTom zusammen, weil da richtig, richtig Geld drin ist. Und weil das Daten sind. Und Microsoft kann Daten und TomTom kann Daten. und Microsoft kann KI und TomTom kann Fuhrparkverwaltung. Und weil die irgendwann sagen, dann stoßen wir damit Apple und Google aus den Fahrzeugen raus. Weil was haben die Softwarefirmen da eigentlich drin zu suchen? Bei Microsoft hält sich ja nicht für eine Softwarefirma. Microsoft ist ja ein Cloud-Anbieter heute, oder? Ja, das wird ja immer weniger Windows, immer mehr alles Mögliche. Also das Microsoft verbindest du. Wir privaten Menschen verbinden Microsoft mit Windows. Es ist verrückt, oder? Also in höheren Szenen, wo wirklich in der Wirtschaft keiner mehr so wirklich. Das ist so ein beiläufiges Ding. Erinnere dich mal früher, wenn du die alten Männer und den Krieg. Du bist vor 20 Jahren, hast du Photoshop kaufen wollen, bist im Mediamarkt gegangen, 1300 Euro Photoshop. Und dann nehme ich noch das Windows XP mit. Oder das Windows, was auch immer. Ja, hier hast du mal 400 Euro. Heutzutage kostet dich die Windows-Software nichts mehr. Das kostet kein Geld mehr, das Betriebssystem. Aber trotzdem ist es eins der reichsten Unternehmen der Welt, die von einem Umsatzrekord sind. Wie machen die das eigentlich? Cloud-Business-Baby. Achso, und Minecraft. Ja, stimmt auch wieder. Und der Flugsimulator, Peter. Ja, das ist ja mein Ding, aber ich bin im Moment sehr enttäuscht. Also Flight Simulator auf Xbox im Moment sehr, sehr ärgerlich. Funktioniert so gut, wie gar nicht. Weil die Xbox halt jetzt wirklich an ihre... Ich habe die Xbox X, also die große. Und selbst die stört schon an ihrer Leistungsgrenze, weil der Flight Simulator immer weiter aufgeblasen wird mit Funktionen. Und jetzt das RAM leerläuft hier und das Speichern. Dann hast du Blackscreens, Crash-Tub-Desktop und so ein Kram. Also wirklich der Grund, warum ich eigentlich den PC verkauft habe und auf Xbox umgestiegen bin. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich die Retour gehe wieder mit einem Gaming-PC zusammenbaue. Also guck mal, was hier gerade heute geliefert wurde, ist, das nennt sich MX4. Das ist kein Auto, das ist der MX3. Das ist MX4. Thermal Cooling Pound. Oh. Ne, Thermal Compound. Und wenn alles gut läuft, sollte morgen mein neuer Prozessor geliefert werden, den ich dann in meinen alten Rechner reinschreibe. Dieser Prozessor hat mich 40 Euro gekostet. Ja, da brauche ich beim Flight Simulator, der gerne anfangen geht. Da geht ohne... Augenblick. Moment, habe ich auch gedacht. Ich glaube, ich werde mir das mal runterziehen, weil ich habe keine drei Monitore angeschlossen wie du. Und ich habe da auch keine Pilotenausbildung und keine Uniform. Aber dieser Prozessor, der ist acht Jahre alt oder fünf Jahre alt. Mir hat bisher jeder gesagt, die Zeiten, in denen die Leistung sich in jedem Jahr verdoppelt hat, die sind schon lange vorbei. Du solltest eigentlich mit einem fünf Jahre alten PC-Prozessor, wenn du das Ding sinnvoll aufgebaut hast, richtig gut um die Ecke kommen. Also ich spiele mittlerweile ein GTA-Spiel hier in der höchsten Auflösung mit annehmbaren Framerates. Und demnächst werde ich mich an Skyrim mal ranmachen. Nebenbei eine Frage an die Community. Skyrim auf... Wie heißt das? Dieses Netz, wo ich das runterlade. Na, wie heißt das? Da, wo es die ganzen Spiele gibt. Da, wo es die ganzen Spiele gibt. Da habe ich es gekauft und habe es auch runtergeladen. Dann habe ich es auch eine Zeit lang gespielt, vor drei, vier Jahren auf meinem PC. So. Und jetzt wollte ich es wieder spielen und es stürzt immer ab, wenn ich zum Startbildschirm komme. Sobald ich aber das Ding als englisches Spiel installiere, läuft es fehlerfrei durch. Übrigens mit einer wunderschönen Grafik. Ich möchte es so gerne in Deutsch spielen, weil um das Spiel durchzuspielen, werde ich nicht mehr lang genug leben. Es ist so der Wahnsinn. Aber ich würde es dann einfach auch gerne auf Deutsch schauen, weil die Story dahinter schon sehr vertrackt ist. Aber wie kriege ich das hin? Das habe ich noch nicht verstanden. Guti, mein Lieber, dann erzähl uns doch mal was über die Nothing News der Woche. Genau, das ist so. Wir hatten ja gesagt, wir machen mal so Highlights, Lowlights des Jahres. Und da gehört für mich Nothing zum absoluten Highlight. Auch wenn sie nichts Tolles gebracht haben. Nothing Phone 2, ja, ist ein tolles Telefon. Wir haben sie beide gehabt hier und beide ziemlich begeistert. Aber Nothing schafft es mit so wenig, so viel Aufsehen zu sorgen, dass wir jede Woche davon sprechen. Ob es jetzt hier irgendwelche Laborkittel sind, die da angeboten werden oder diese Buds, die ist übrigens jetzt ganz offiziell, also CMF, gibt es jetzt ganz offiziell bei Amazon zu kaufen. Also die Buds, die Watch, da haben sie ja beides getestet. Kannst du jetzt ganz offiziell in Deutschland kaufen über Amazon. Und das ist so für mich das Ding des Jahres, weil Nothing wirklich aus nichts immer wieder liefert. Und auch wieder, wir haben eine Ankündigung für ein Event am 27. Februar im Rahmen des MBC in Barcelona, wo es was zu sehen gibt. Ich sage, auf dem Bild sieht man in dem Nothing-Look da mit diesem, was ist das, so ein Spiegelglas, mit so ein geschliffenes Glas, dass jemand so ein Selfie von sich macht mit einer Frontkamera, würde ich mal behaupten. Und es sind die ersten Bilder des Nothing Phone 2A aufgetaucht. Es gibt ja immer wieder Gerüche, dass eins kommt. Jetzt gibt es die ersten Bilder dazu, mit einem stark eingeschränkten Glyph-Interface, wo auch technisch ein bisschen abgespeckt wurde. Aber vom Design her, uiuiuiuiui, auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein altes Samsung Galaxy. Das war so mein erster Gedanke. Oder der Visor von Pixel nur in kurz. Oder, was hast du dazu erst gedacht? Ich habe gar nicht so viel dazu gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es zumindest erstmal spannend. Weißt du, ich finde es unabhängig vom Aussehen und was das Gerät kann und so weiter. Ich finde es total spannend, dass die einfach weitermachen. Ja, warum auch nicht? Also sie haben ja jetzt einen ziemlichen Preissprung von Phone 1 zum Phone 2 gemacht. Und jetzt müssen sie mal so eine Zwischenlücke füllen, bin ich der Meinung. Also guck mal, ich teste ja gerade das Sony Xperia 10 Mark V. Nebenbei Testbericht zum Sony Xperia 1 Mark V ist online. Die Tage über kommt auch ein Kameratest-Video, aber ich bin gerade mit dem 10 Mark V dran. Das Gerät ist zur Zeit überall für 350 Euro zu haben. Ist sowas wie die mittelklasse, untere Mittelklasse, Mittelklasse von Sony. Ich wette, dass das Nothing Phone 2A, wenn das in derselben Preisklasse spielt, es wird wahrscheinlich viel schöner werden. Es wird ein geileres Display haben und und und. Die werden sich aber anstrengen müssen, um ein besseres Smartphone als das Xperia 10 Mark V hinzulegen. Als das Xperia. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wollen die Leute das eigentlich? Genau, das ist der Punkt. Weil ich denke, du hast ja noch das Nothing Phone 1. Das wird ja nach wie vor verkauft. Für denselben Preis. Also da bist du bei 300 Euro. Genau, aber ich glaube, viele Menschen kaufen einfach kein Nothing Phone 1 mehr, weil es halt ein altes Modell ist, in Anführungsstrichen. Wenn du jetzt mit einem Gerät kommst, was 2A heißt, weil aktuelle Topmodelle ist, das ist 2er, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8a. Du bist schon aktuell, obwohl du eigentlich genau technisch das alte Gerät bekommst. Weil ich glaube nicht, dass sich das alte Phone 1, das alte in Anführungsstrichen, zum 2A so massiv unterscheiden wird. Und wir dürfen nicht vergessen, du kriegst das Nothing Phone 2 zur Zeit auch für unter 600 Euro. Also es ist auch ein Hunderter günstiger. Also da muss man sich schon fragen, wenn da ein günstiges Gerät kommt, ob die sich nicht selbst kannabalisieren. Und ja, auf der anderen Seite, was ich eigentlich meinte ist, ich habe zur Zeit wieder ganz, ganz häufig dieses, für mich reicht's. In Bezug auf das, ich habe auf Twitter, hat ein Typ wirklich etwas geschrieben. Und dann, Peter, da musst du dann auch manchmal meinen Hass auf Apple Nutzer verstehen. Und Hass ist ein großes Wort. Aber da schrieb der Typ, stell dir mal vor, du triffst dich mit einer super hübschen Frau und die zieht dann ein Xiaomi-Gerät aus der Tasche anstatt eines iPhones. Da stehst du doch sofort auf und gehst, oder? Und da dachte ich, du kleines, geistig minderbemitteltes Punkt, Punkt, Punkt. Da stehe ich absolut bei dir. Wie kann man nur mit so einer Einstellung durch die Gegend gehen? Der Typ ist hässlich wie die Nacht. Es ist klar, dass der das iPhone nutzt, um sich selbst aufzuwerten. Weil der ist einfach so hässlich ohne so ein Gerät wie so ein iPhone. Ich habe ja das Bild gesehen, sein Profilbild. Alles klar. Aber da bin ich dann wieder an dem Punkt, dass die meisten Apple Nutzer einfach sagen, naja, für mich reicht es. Und ich kann da gar nicht so viel gegen sagen, Peter. So, was will du? Ich fahre von A nach B. Für mich reicht es. Und das ist ein geiles Auto. Ja, der Skoda ist super. Brauchen wir nicht drüber reden. Tolles Auto. So, demzufolge, du hast ein Gerät wie das Sony Xperia 10 Mark V, kostet 350 Euro. Und du hast ein Pixel 7, sind wir beim 7a mittlerweile? Oder beim 8a? Nee, beim 7a, oder? Der 7a ist aktuell, ja. Ist auch 300, 350 Euro, ne? Ja, so roundabout. Das ist so. So, jetzt kommt Nothing um die Ecke. Was soll das Gerät denn liefern, Peter? Wo Nutzer sagen, also, wenn du ein Pixel 7a hast, da hast du eigentlich alles, was du brauchst. Also wirklich, für mich reicht es. Da ist dann die Frage, was soll da kommen von Nothing? Oder was kannst du dir vorstellen, was da kommt? Dieses Glyph-Interface, weil sie stützen sich ja, es wird ja ein Glyph-Interface kommen, allerdings nur dreiteilig, also deutlich reduzierter als bei dem normalen Nothing Phone. Ich glaube, das ist so dieses Erlanschungsmerkmal, wo sie sagen, wir haben zwar jetzt hier keine Top-Technik, das haben sie auch beim Nothing Phone 1 damals immer ganz klar gesagt, wir haben hier nicht einen High-End-Prozessor drin, wir haben einen etwas älteren Prozessor drin, aber wir haben ein stimmiges Gesamtpaket. Und ich glaube, beim 2a wird es dann so sein, dass sie sagen, wir haben hier kein Top-Gerät für 300, 350 Euro, irgendeiner hat vielleicht ein besseres Display, irgendeiner hat einen besseren Prozessor, aber wir haben ein geiles Gesamtpaket und vor allem, wir haben das Glyph-Interface. Ja, da hast du recht. Das kannst du ja auch geil machen und machen wir uns nichts vor. Aber das Glyph-Interface ist beim Nothing Phone das Merkmal. Daran erkennst du ein Nothing Phone aus 100 Meter Entfernung. Es ist immer ein Gesprächsthema, wenn du es auf den Tisch legst, ja. Auch wenn du es selber nicht benutzt aktiv, weil du sagst, irgendwann nervt es, weil du dein Telefon halt nicht mit dem Display nach unten hinlegst, sondern mit dem Display nach oben. Aber es ist immer wieder ein Icebreaker, um mal in dem Denklich zu bleiben. Und genau das, glaube ich, waren sie auch beim Phone 2A, dass sie sagen, das ist Nothing Phone. Nicht die Spitzentechnik, aber ein gutes Gesamtpaket zum günstigen Preis, weil, ich sage mal, so 350, 400 Euro sind die meisten Leute, die will zu bezahlen. Und dafür kriegt ihr was Eigenes. Nicht hier diesen Alltagseinheitsbreit von irgendeinem alten, abgerittenen iPhone, was ihr gebraucht, kaufst du 350, 400 Euro, sondern du kriegst hier ein nagelneues Nothing Phone 2A und hast noch was Geiles und legt das mal am Tresen, wo dann deine 50 Kumpels sitzen. Da bist du der Einzige, der dieses Gerät hat mit jeder Wette. Das ist richtig. Jetzt komme ich aber. Jetzt bin ich gespannt. 8 GB RAM, 256 GB Speicher. Und das ist für die? 50 Megapixel Kamera. 6,55 Zoll OLED Display, 120 Hertz. In der Mitte des Gerätes. Gehäuse aus feinstem Aluminium. Glyph Interface mit dabei. Kostet 330 Euro. Nennt sich Nothing Phone 1. Was soll das Nothing Phone 2 da? Mal ernsthaft, Peter. Das ist das Nothing Phone 1. Das ist ein altes Gerät. Ich glaube, der King wird ein anderer sein. Ich glaube, der King wird ein anderer sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die 330 Euro deutlich unterbietet. Ich kann mir, das ist, ansonsten wird ja jeder um die Ecke kommen, so wie ich gesagt habe, bist du bescheidig, ich kaufe mir das Nothing Phone 1. Das ist ein gutes Gerät, aber kauft das Nothing Phone 1. Das ist doch egal, ob das ein älteres Gerät ist. Stell dir mal vor, so ein Gerät, abgespecktes Glyph Interface, vielleicht Kunststoff, Body, guck dir die CMF Watch an. 60 Euro, 60 Dollar. Lass das Telefon 150 Euro kosten. Nein, so runter gehe ich nicht. Ich gehe mal so... 150, Peter. 199 bis 249, das wäre schon eine Zäsur. Da bist du echt in der Preiskasse, wo jetzt gerade Xiaomi, Redmi sich da umprügelt. Genau, und Xiaomi und Redmi sind, ich liebe euch, Xiaomi, ihr seid toll. Übrigens ein Video und Artikel, wie man die Werbung von einem Telefon verlinkt. Ich liebe euch, ihr seid toll, Xiaomi, Redmi, wie auch immer. Auch da muss ich mal, egal. Aber die machen ihr Geld ja nicht mit dem 12T für 1000 Euro. Die machen ihr Geld mit den Pukos und mit Aldina Pukos, mit den Redmi's für 150 Euro, für 200 Euro. Und wenn Nothing in diese Kante reinstößt, 200 Euro, mit einem Gerät, was nicht scheiße aussieht, was keine Display-Ränder hat von hier bis Absurdistan, was kein Display hat, was mit 60 Hertz irgendwie und... sondern 150, 200 Euro. Weil ansonsten kauft ihr ein Nothing Phone 1. Stimmt, das ist ein altes Prozessor, aber du hast da ja wirklich was an Technik drinsteckt. Display, fantastisch. Kamera, mittlerweile richtig gut. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Nothing sagt, wir setzen auf die 2 Jahre, dann ja 2 Jahre alte, 2,5 Jahre alte Kamera vom Nothing Phone 1, weil die haben sie im Griff. Da kriegst du ein billiges Gerät mit einer alten 50 Megapixel-Knipse, ähnlich wie bei den Pixel-Geräten früher, wo einfach im Laufe der Jahre so viele Daten angesammelt werden, dass du die Kamera einfach perfekt im Griff hast und einfach richtig gute Bilder damit bekommst. Und das vom ersten Moment. Weil das wird denen keiner mehr verzeihen. Erinnere dich an die Testberichte, als das Nothing Phone 1 rausgekommen ist, auch bei uns, wo alle gesagt haben, das Ding ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Es wurde im Laufe der ersten, sehr schnell, muss man dazu sagen, sehr schnell im Laufe der ersten Wochen kam ein Update nach dem anderen, was das Gerät dann nach einigen Wochen auf ein annehmbares, bis heute sehr gutes Niveau gebracht hat. Aber wenn du mit so einem Gerät gleich startest, auf diesem Niveau, und das dann, Hälfte des Preises, 150, 170 Euro. Ein Gerät, wo jeder irgendwie sagt, ich habe gerade die Amazfit, wie heißt die? Die letzte, die du getestet hast. Oder die Balance. Ja genau, die Balance, 120 Euro. Das ist irgendwie so ein Mitnahmepreis. Wenn du so ein Smartphone zum Mitnahmepreis anbietest, wo du sagst irgendwie, das kann ich mir ins Auto legen. Das hatten wir früher doch auch bei den Handys. Wir hatten irgendwie diese günstigen Nokia und Motorola Telefone fürs Auto. Nicht im Auto. Kann ich meiner Mama geben. Wenn es kaputt geht, ist es nicht so schlimm. Wenn du so ein Gerät irgendwie anbietest, was nicht wirklich Mist ist, und wo dann über so ein Gerät, anders als bei Poco, bei Realme, bei wem auch immer, wo dann auch die FAZ und die Süddeutsche, wo also auch die Apple-Jünger mitbekommen, dass es so ein Gerät gibt. Weil die Kriege, wenn du zu einem Apple-Fan gehst und sagst, es gibt ja ein Poco-Smartphone für 100 Euro, sagt er, was gibt er, was ist Poco? Das stimmt allerdings, ja. Über Nothing berichten aber diese Zeitungen. Und das ist krass. Und da berichten auch diese Medien drüber. Und das ist krass. Und wenn er das hinbekommt, das kann ich mir gut vorstellen. Er wird es auf jeden Fall hinbekommen. Auf jeden Fall. Weil er weiß genau, wie Marketing funktioniert. Er weiß genau, wie er uns alle um den Finger wickelt. Und dann wirklich spricht vielleicht aus dem Nichts, was ganz Großes macht. Und er sagte auch ganz unverblümt hier, ja, das wächst halt bei euch, aber es wächst. Das hat er bei Warnplass gemerkt. Bei Warnplass hat er gemerkt, wie man eine Community aufbaut, wie man die am Leben hält. Und das macht er mit Nothing ja genauso. Er sagt hier, wir sind nirgends, noch sind wir nirgends spitze, aber wir sind auf dem Weg dahin und wir nehmen euch mit. Und ich glaube, das sind so diese Kleinigkeiten. Und eben, weil er jede Woche, wir hatten ja früher immer so eine Amazfit News der Woche, also wenn man uns schon länger hört, da hat man immer so, weil Amazfit halt immer die Woche geliefert hat. Das hat ein bisschen beruhigt. Ich habe es jetzt bei uns im Notizbuch Nothing News der Woche genannt, weil wir wirklich jede Woche über diese kleine Bude da berichten, die wirklich nicht viel auf den Markt werfen. Aber was sie an Stoff liefern, und wenn es nur irgendwelche Chats-Apps sind, die sie selber programmieren, die völlig für die Hulle sind, Datenschutzskandal noch und nöcher, haben wir auch drüber gesprochen. Also die sind beständig. Und das ist für mich so der Gewinner von 2023 mit ganz, ganz großem Abstand, weil wir haben über niemanden mehr geredet als über Nothing oder Carl Pei. Das ist wohl richtig. Und ich sehe das gerade so nebenbei aus dem Augenwinkel. Das Nothing Phone 1 ist auf Platz 74 der meistverkauften Amazon-Produkte. In den Simlock-freien Handy-Charts. Auf Platz 74. Ja, und es ist ja auch ein gutes Telefon. Machen wir uns nichts vor. Ja, aber nun kommst du um die Ecke und sagst, alter Prozessor. Und ich sage, ja, deshalb werden die, das wird für 190 Euro. 150 Euro wird das in den Verkaufern dann. Aber Markus, geh mal in irgendeine Elektrobude und sag hier, du willst eine Waschmaschine kaufen. Und dann sagt er dir, wir haben hier ein Modell von 2022. Das ist schon richtig gut. Aber wir haben hier das Modell von 2023. Der hat hinten die Schraube in Silber statt in Weiß. Dann sagst du, ich glaube, dann nehme ich doch lieber das Modell aus 2023. Das ist ja das neuere Modell, obwohl das alte genau das gleiche ist. Und das ist genau dieser Punkt, weil viele Leute sagen, ich kaufe keine alte Technik, obwohl es total Quatsch ist. Da hast du recht. Aber dein Beispiel ist wie ein Seeräuber. Hä? Es hinkt. Ach so. Weil ich habe hier eine Waschmaschine aus dem Jahr 2022. Das ist ein altes Modell. Hat App-Anbindungen, hat 37 verschiedene Waschprogramme, hat irgendwie Weichspüler mit eingebaut. Und ich habe hier das neue Modell 2023. Kostet genauso viel. Ist das alte, das neue kostet genauso viel. Das neue, das kann waschen. Da hat ein Wasseranschluss. Weil genau das ist das ja. Das 2022er Modell, also das Nothing Phone 1, hat ja unglaublich viele Features. Ich kriege ja beim neuen Gerät, okay, es ist das neue Gerät, ich kriege ein abgespecktes Glyph-Interface. Und der andere Kram ließ sich auch so, als wenn es deutlich schlechter wäre, als die geile Waschmaschine mit App-Anbindung und eingesporter Weichspüler-Kapsel. Ich kriege einfach nur eine Waschtrommel. Zum selben Preis. Eine neue Waschtrommel. Ja, auch diesen Jahr, aber es ist nur eine Waschtrommel. Genau, aber das ist halt diese Modellbezeichnung, die Jahreszahlbezeichnung. Deshalb, wir regen uns ja eigentlich darüber auf, dass über so Nomenklaturen, gerade Sony ist ja der Weltmeister, auch da spricht man davon, dass nächstes Jahr bei Sony sich die Nomenklatur ändern soll. Das wäre ein Skandal. Ich habe es jetzt so schön erklärt in dem Video. Wir haben es gelernt, wie man das jetzt ausspricht, wie man das einordnet, alles. Ja. Und jetzt machen sie es neu. Ganz einfaches Beispiel. Du bist ja Träger eines Ziegelsteins. Du hast ja einen Ziegelstein ums Handgelenk, weil du einfach Ziegelsteine schön findest. Der neue Ziegelstein, der verkauft sich ziemlich beschissen. Der verkauft sich nicht besser als der alte Ziegelstein. Der alte Ziegelstein. Und weißt du, warum sich der alte Ziegelstein besser verkauft? Obwohl es der alte Ziegelstein ist? Weil er nicht den Anschein des neuen Ziegelsteins macht. Apple hat einen Fehler gemacht bei der Einführung der neuen Apple Watch. Heißt die Ultra? Die Ultra 2, ja. Die Ultra 2. Die hätten, und wenn es nur ein gelber Ring ist, den sie um den Einausschalter oder um die Krone gemacht hätten, die hätten nur irgendwo einen Hauch, einen Akzent setzen müssen, damit die Leute mitbekommen, es ist die neue Uhr. Dadurch, dass niemand erkennt, dass es sich um die neue Uhr handelt, wird diese Uhr nicht gekauft. Und jetzt hat es noch ein Verkaufsverbot in die USA kassiert, was ich heftig finde. Und da kann Apple jetzt mal gar nichts machen. Das ist auch interessant. Ein kleiner Hersteller wie Massimo. Massimo ist ja so, wenn man so in einem Medizinprodukt unterwegs ist, so die Nummer 1, wenn es um Sauerstofferkennung geht. Und Apple hat ja Mitarbeiter von Massimo damals abgeworben, um für die Apple Watch den Blutsauerstoffsensor zu bauen. Und Massimo sagt, wohl jetzt zu Recht, ist ja per Gericht, verfügt worden. Ihr habt damit Know-How geklaut, in Anführungsstrichen. Nein, wird Apple nie machen. Sorry, da springe ich jetzt in die Bresche. Und jetzt haben sie ein Verkaufsverbot kassiert für die komplette USA, für die Series 9 Watch und halt eben für die Apple Watch Ultra 2, weil es eben doch nicht so einfach ist. Und ich bin absolut bei dir. Ich habe mir die Apple Watch Ultra 2 nicht gekauft. Am Anfang, wie es hieß, es kommt eine Ultra 2, habe ich sofort gesagt, okay, wo kann ich bestellen? Und dann habe ich gesehen, ey, die hat ja nichts Neues, also wirklich gar nichts. Und das, was sie neu kann, das brauche ich nicht. Und diese optische Abgrenzung, die fehlt mir. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht auf das iPhone 15 umsteige, jetzt auf das iPhone 15 Pro. Ich wollte die ganze Zeit umsteigen, habe nur darauf gewartet, bis das neue Jahr anfängt. Aber ich habe gesagt, nee, eigentlich, mir reicht es, um bei dir zu bleiben. Ja, mir reicht mein iPhone 13 Pro vollkommen aus, weil nur für dieses Titan, was ich eh in die Hülle stecke, ja, ist es mir zu wenig neu. Und Bezug nimmt auf Titan, Jerry Rick. Hast du gesehen, wie er das neue Oppo zerlegt hat, mit Titan? Nee, noch nicht. Da ist mehr Titan drin als im iPhone und das Titan im neuen Oppo sind irgendwie sieben Schrauben. Ja, aber das ist, ich sage dir, das ist so, das ist geil, wenn du es in der Hand hast, das fühlt sich super an. Ich glaube, ich glaube einfach wirklich, dass diese Produkte sich eben nicht davon entscheiden. Also die Idee oder das mit der Waschmaschine, aber du kannst das Beispiel ja wirklich viel plastischer und viel klarer bringen. Du hast hier ein VW Golf GTI, Baujahr 22 für 5000 Euro und du hast hier ein VW Golf, Baujahr 23. So, und genau das wird ja jetzt mit dem Nothing, oder das ist ja das, was gerade passiert. mit dem Nothing. So, welchen kaufe ich mir, welchen Golf? Ich kaufe mir natürlich den 22er Golf, wenn der so viel besser ist als das neue Modell. Ich kaufe mir den GTI und nicht den neuen Golf. Es sei denn, ich biete den neuen Golf eben für 1000 Euro und nicht für 5000 Euro an. Und ich glaube, das ist das, was Nothing machen muss. Die werden wahrscheinlich wirklich ein Gerät, ich sage wirklich, deutlich unter 200 Euro Klasse anbieten, weil alles andere wäre auch kein Aufschlag. Selbst wenn du es für 250 anbietest, Peter und sagst, naja, wir haben, es gibt Smartwatch, das ist ein teurer. Ja, aber da kannst du dir aber auch so einen Redmi Note 10 kaufen. Da bist du im selben Preis unterwegs. Und das ist kein schlechtes Gerät. Das heißt, der wird wirklich, wenn er Wellen schlagen will, das mit dem Preis machen. Und das wird deutlich unter 200 Euro sein. Ich habe am Anfang sogar gedacht, unter 100 Euro. Das wäre ganz wild. Das habe sogar ich dann für verrückt gehalten. Aber guck dir mal an, also wenn das wirklich das Gerät sein sollte, Peter, wenn das der Kamerabump sein sollte, wie viel würdest du für so ein Gerät ausgeben? 70 Euro. Ja, okay, ich bin ja schon enthusiast, ich würde schon ein bisschen mehr ausgeben. Aber ich glaube, er kann auch gar nicht viel höher werden. Also ich denke wirklich, dass wir maximal 249 Euro auf dem Preisschild sehen werden. Deutlich drunter. Dann wärst du der Erste, der, wenn du diesen Test darüber machen würdest, wärst du der Erste, der sagen, tolles Gerät kaufe ich das einer. Hm. Und das wird jeder machen. So, der muss deutlich unter 200 gehen. Und wir sind jetzt bei 70 Minuten. Wir haben, glaube ich, den Heiligabend euch jetzt weggequatscht. Genau. Wir haben genug Futter geliefert, dass ihr euch wieder beschweren könnt über uns. Da habe ich nicht genug News, also von daher lassen wir es ausklingen. Wir kommen, wir machen natürlich weiter. Wir können halt immer versprechen, dass wir jeden Sonntag liefern können, weil wir beide, beide voll berufstätig, das klemmt halt ab und zu mal, du stark beruflich eingebunden, ich im Schichtdienst. Und wir versuchen, unser Möglichstes. Und auch, um hier den Bogen zu Beginn zu spannen. Also wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, wenn sich einer von uns nicht fühlt, also wenn einer von uns sagt, Alter, das war so eine stressige Woche, wenn wir heute aufnehmen, zerlegen wir uns, weil ich würde den ganzen Stress der ganzen letzten Woche heute jetzt im Podcast rauslassen, dann lassen wir das lieber ausfallen. Wir sind nicht darauf angewiesen. Wir haben keine Verträge mit Spotify geschlossen irgendwie, dass wir 50 Podcasts im Jahr rausbringen müssen. Wir machen das so, wie wir da Bock drauf haben. Ganz genau. Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist genau richtig. So machen wir das auch. Und seit Jahren so. Und erfolgreich seit Jahren. Und das macht auch Spaß so. Wir machen unser Tempo, wie wir es meinen. Und wir reden über die Themen, über die wir weinen. Wir sind natürlich auch froh über Themenvorschläge, aber da kommt da nicht so arg viel. Dabei letztens hier ein Vorschlag mit den Push-Benachrichtigungen, die uns auch spionieren. Das ist, denke ich mal, so ein Thema, da kann man sich auch so hochschaukeln, weil ich glaube, da fehlen uns einfach zu viele Insights. Das ist nicht nur ein Thema, da kann man sich hochschaukeln. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Das ist einfach ein Thema. Da müsste ich mich wirklich einarbeiten. Genau. Aber wenn ich mich in so ein Thema einarbeite, dann muss ich auch sagen, da muss mir das irgendjemand bezahlen. Weil so sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht. Ganz genau. Wir wissen alle, sobald du ein Smartphone in die Hand nimmst, wirst du in irgendeiner Form immer deine Daten preisgeben, ausspioniert, wie auch immer, wie geartet. Das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Diese Zeiten, dass wir wirklich hier mit Aluhut rumlaufen und wirklich sicher sind, die sind vorbei. Aber das muss man vielleicht auch deutlich sagen, du sprichst jetzt nicht nur von Android, sondern ganz deutlich auch, lieber Apple-Nutzer draußen, wir alle sind Gläser. Natürlich. Wir genauso wie wir. Richtig. Und da ich beide Produkte nutze, bin ich, jetzt kommt's, weil ich bin natürlich der Klügste von allen. Ich benutze beides und dadurch verwirre ich alle. Genau. Wir machen das immer. Was macht der? Was macht der da? Wieso? Heute mal so, mal so. Da wettet er auf dem HSV und da wettet er auf St. Paul. Ja, 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 ja. Verwirrung. Du hast immer das Gewinnerteam auf deiner Seite, ne? Du schreist immer für Gewinner. Ich bin für beide Mannschaften. Ich gewinne jedes Mal. Ne, es gibt tatsächlich eine Art, also ich würde, ich bin kein Wetter und ich würde auch nicht wetten, aber es gibt tatsächlich, gibt es eine Art zu wetten, wo ich eigentlich nicht verlieren kann. Also ich würde immer auf Sieg der Bayern und Sieg des HSV setzen. Wenn das so kommt, kriege ich Geld. Wenn das so nicht kommt, freue ich mich. Ich darf nie bei so Tippspielen mitspielen, weil ich so wenig Ahnung habe, dass ich mir gewinne. Peter, wir sollten uns nochmal unterhalten und bis dahin. Genau. Wir wünschen uns wunderschöne Feiertage, wenn ihr uns noch hört hier. Wenn wir uns vorher hören, dann natürlich noch keinen guten Rutsch. Sollten wir uns nicht mehr hören, dann guten Rutsch. Wir hören uns. Sollten wir hinbekommen, oder? Ja, natürlich. Wir kommen ja nochmal, wir kommen ja nicht nur am Heiligabend. Ich stelle ja gerade fest, wir kommen ja auch Silvester. An Silvester. Und ich habe an Silvester zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren frei. Juhu. Und von daher, ich gehe mal davon aus, dass wir uns noch dieses Jahr nochmal hören mit einer Abschlussfolge und dann machen wir weiter wie bisher, würde ich sagen. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.